Komm, wir spielen die blinde Kuh. Du spinnst? Wo willst denn jetzt eine Kuh herkriegen? Hast du keine Angst, dass die mal ausgegangen? Ui, die haben Ausgehverbot. Das finde ich nicht richtig. Was? Dass man über jedes Faust so viel geschrieben hat und über unserem Schiller seine Hand kein Wort. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass du so ein harter Brocker bist. Wann brennt denn ein Brennwitzel? Auch wenn sie anzündet. Ach, guck, ein richtiger Zaun da hat er. Was ist denn ein Simpel? Auch wenn du in den Spiegel guckst, ne, wo ist's? Horch, was kommt von draußen rein? Das ist gar nicht sehr. Sieh ich? Achtung. Achtung.